Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem neuen Video. Ja, und heute zeige ich dir, wie du den Akku von deinem Fritz Phone C5 ganz einfach tauschen kannst. Ja, so ziemlich jeder von euch dürfte wahrscheinlich zu Hause an seiner Fritz Box so ein Fritz Phone betreiben. Die Akku gibt es in verschiedenen Variationen. Das hier ist das C5, gibt auch noch andere größere und kleinere Modelle. Ich zeige es heute mal für dieses C5. Wenn noch der Bedarf besteht für andere Videos, dann gerne in die Kommentare. Ja, als allererstes beginnen wir damit, dass wir dieses C5 runterfahren. Dazu einfach auf dem Knopf, auf dem ihr auflegt, draufhalten, so lange bis das Display aus ist. Dann seht ihr auch, wenn wir jetzt einzelne Tasten drücken, passiert nichts. Ja, um den Akku zu tauschen, muss hier hinten diese Verkleidung ab. Es gibt im Internet leider Gottes auch viele Anleitungen, die zeigen, wie man es nicht macht. Ich habe auch mal eine ausprobiert. Da steht, man soll hier hinten in diese Körper hier einfach mit einer Büroklammer reinfahren und das Ganze aufdrücken. Äh, nein. Ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt hier so einfangen kann. Na, so halbwegs. Ihr seht das hier. Das, wenn das mit einer Büroklammer macht, das verkratzt hier hinten. Ja, äh, apropos Videokalität, ich entschuldige mich gleich mal hier für diesen Schlagschatten da unten links. Das kommt davon, dass das Licht von da hinten kommt. Ich kann es jetzt nicht groß ändern. Ja, ihr seht hier hinten auch diesen weißen Fleck. Das ist die Reflexion vom Licht. Egal. Geht ja hier eigentlich auch mehr um den Content und nicht um die Bildqualität. Und ja, wie bekommen wir das ganze Ding jetzt hier auf? AVM empfiehlt in seiner Anleitung, die übrigens nochmal unten in der Beschreibung verlinkt ist. Man soll hier einfach mit einer 1 Cent Münze anrücken. Dann habe ich versucht, passt nicht ganz. Die Cent Münze ist ein bisschen zu groß. Was nehme ich? Ich habe hier so ein 115 in 1 Teile Set mit Schraubenzieher und allem drum und dran. Da sind auch, muss ich gerade gucken, hier auf der Seite, wenn wir das mal aufmachen, sind hier solche Plättchen dabei, die andere auch ganz gerne als Gitarrenpicks verwenden. Die haben hier eine Seite, die relativ schmal ist. Die Kamera jetzt fokussiert. Jawohl. Die sind hier relativ schmal. Das ist das, was wir brauchen. Und dazu noch so ein Plättchen, die sind generell ein bisschen schmal. Mit 2 kommen wir relativ weit. Ja, was machen wir? Wir suchen uns hier unten dieser Körper, beziehungsweise das Loch vom Fritzfohn. Ach, so sieht es ganz gut hier. Ah, jetzt seht ihr übrigens auch diese Kratzer, die ich meinte, wenn man das ganze Ding mit einer Büroklammer aufbiegt. Hier, dieses Plättchen ansetzen. Ich nehme hier jetzt mal das dickere. Ja, ansetzen und gucken, das Ding hier ist hinten verklippt. Und dass ihr den ersten Clip soweit aufbekommt. Wenn es mit dem Dicken nicht geht, mit dem Dünnen hier ein bisschen hin und her, dass ihr da reinkommt. Am besten, so wie wir jetzt hier an einer Ecke anfangen. Ja, ihr seht das Ganze. Ich muss aber ab und zu ein bisschen auf die Kamera gucken, denn ich gucke aus einem Winkel auf die Kamera, wo ich das Display nicht richtig sehe. Okay, dann am besten das hier an der Seite hier so vorfahren und einen Clip nach dem anderen öffnen. Ja, wenn ihr eine Seite geöffnet habt, das reicht schon, dann könnt ihr das Ganze hier zur Seite wegnehmen. Das hier auf die Seite legen, brauchen wir natürlich wieder. Ja, jetzt haben wir hier diesen Akku. Können wir auch mal gucken, was AVM da so verbaut. In dem, dann drehe ich das einfach momentan ein bisschen näher ran. Ja, wir haben hier 3,7 Volt bei 750 Amperestunden Lithiummodellnummer sagt mir hier jetzt nichts. Wer sich damit auskennt, gerne in die Kommentare. Ja, um den Akku rauszunehmen, wie bei den älteren Handys, wo man das Ding noch tauschen konnte. Wer erinnert sich noch? Der gibt mal einen Daumen nach oben. Hier habt ihr so eine kleine Körbe. Hier einfach mit dem Fingernagel das ganze Ding hier rausnehmen. Dann sehen wir hier auch noch diese Modellbezeichnung nochmal hier für die 2.5. Und können das Ganze mal auf die Seite legen. Ja, jetzt mit dem neuen Akku, den einfach in umgekehrter Reihenfolge. Hier unten seht ihr diese einzelnen Pins. Da kommt der Akku dann rein. Hier auch aufpassen, dass ihr hier mit diesen Pins trefft. Einfach einlegen. Und wenn alles richtig funktioniert, dann startet das Flitzvon auch automatisch. Wir sehen es hier schon leuchten. Wenn wir es noch kurz warten, bekommen wir auch gleich ein Bild. Jawohl. Wenn das ganze Ding so aussieht, dann hat das alles funktioniert. Genau, jetzt sucht er nach der Basis. Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern. Und dann baut sich das hier auch alles auf dem Display wieder auf. Das seht ihr im Moment nur nicht. Ja, ich mache jetzt nochmal da übersichtlicher halber. Schalte ich das Flitzvon jetzt mal nochmal aus. Dann muss ich da nicht so viel zensieren, was auf dem Display steht. Jetzt einfach das Flitzvon wieder rumdrehen. Und den Deckel natürlich richtig rum wieder draufdrücken. Hier einfach gucken, dass es passt. Und dann, wenn er nicht wegrutscht, hier einfach an der Kante wieder zu drücken. Die Pins sind übrigens, beziehungsweise diese Clips sind sogar übrigens relativ stabil. Äh, ja, sollte halten. Es ist dann passend, wenn ihr hier auf die... Oh, das Teil davon sieht im Video ein bisschen gebogen aus. Das ist aber eigentlich gerade. Also ich sehe hier auf so einen kleinen Bogen. Das ist in... Ja, sieht im Video ein bisschen gebogen aus. Ist eigentlich gerade. Wenn ihr hier keine Spaltmaße oder gleichbleibende Spaltmaße habt, dann passt das Ganze wieder. Und dann könnt ihr es versuchen, jetzt, wenn ihr es hinlegt, mit dem roten Knopf halten. Gucken, ob ihr es einschalten könnt. Ja, und dann jetzt das gleiche wie vorher. Wenn wir hier dieses Flitz-Logo sehen und er die Basis sucht, dann ist alles wunderbar. Jetzt nur oben rechts gucken. Dadurch, dass der Akku neu ist, ist er nicht sonderlich geladen. Heißt das Ding jetzt am besten über Nacht in die Ladeschale. Ja, soviel dazu. Wie du von deinem Fritz von C5 den Akku tauschen kannst. Wenn ihr das Video geholfen habt, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du noch Fragen hast unten, die Kommentare sind dafür da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.